Guten Morgen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Market Update von IG am heutigen Freitag, den 2. Mai. Den gestrigen Feiertag, am Tag der Arbeit, nutzten die Anleger hierzulande für eine wohlverdiente Auszeit. In den ersten drei Börsensitzungen dieser Woche ging es auf dem Frankfurter Börsenpaket deutlich aufwärts. Mit der Verteidigung der unteren Trendkanallinie und vor allem der Unterstützung bei 9.425 Punkten hat sich zuletzt die schadtechnische Situation beim DAX entspannt. Davon kann in der Ostukraine bislang nicht gesprochen werden. Eine Löhnung des Konflikts lässt weiterhin auf sich warten. Die heutige Börsensitzung hat mit recht dünnen Handelsumsätzen begonnen. Der DAX liegt zur Stunde mit 9.085 Punkten um 0,5 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortages. Ganz oben auf der Agenda stehen am letzten Tag dieser Woche die US-Arbeitsmarktdaten. Die Marktteilnehmer erwarten für April eine Arbeitslosenquote von 6,6 Prozent nach zuvor 6,7 Prozent. Ebenfalls interessant könnte die Beschäftigungszahl in der US-Wirtschaft ex-agrar werden. Allgemein wird mit einer Schaffung von 200.000 bis 210.000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Im Vormonat fanden 192.000 US-Bürger einen neuen Job. Robust zeigt sich momentan der Euro-US-Dollar, der den Weg in Richtung 1,39 eingeschlagen hat. Im Abwärtstrend befindet sich dagegen der Goldpreis. Das gelbe Edelmetall gibt heute minimal auf 1.283 US-Dollar je Feinunze ab. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Zuschauen, wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Erfolg beim Handeln mit IG. Bis zum nächsten Mal.